Hamburg kurz vor halb acht. Ich fange heute mal so an, denn für manche Leute ist der Autokorso auch mal der Zug. Vielleicht weil es klimafreundlicher ist. Nein, einfach weil ich aus Hamburg zu den Spielen anreise. Das wisst ihr ja. Herzlich willkommen beim FCS-Blog. Und schon der erste Rettungswageneinsatz morgens um halb acht am Hauptbahnhof. Wird jetzt spannend. Spannend wird es auch für den FCS heute in Duisburg. Ich erinnere mich, das war damals 2004 mein allererstes Auswärtsspiel in der zweiten Liga nach dem Aufstieg. Das war ein ziemlich verregneter Freitagabend. Der MSV spielte damals in der MSV-Arena. Wie damals das Wedau-Stadion umbenannt wurde, wurde gerade umgebaut. Wir spielten auf einer Baustelle und es war sehr, sehr verregnet. Der FCS verlor mit 1 zu 2. Das einzige Tor schoss Thorsten Nährbauer, war der letzte Zweitliga-Auftritt mit Erol Sabanow im Tor. Aber man war in der zweiten Liga und das will was heißen. Deswegen vielleicht ist es ein Omen, dass zwei in Duisburg spielen. Ich habe auch das Trikot von damals angezogen, denn man soll sich anziehen für die Liga, in die man will, nicht für die, in der man ist. In Duisburg gibt es schon die Leiter in die erste Liga. Komplett verspannt von der Halbstundenschläufe in den Zug. Einmal um den Weiher. In Zitter. Es schaden nicht nur euer Pfarrer, sondern es schaden auch die, die mit euch sind, die um euch herumzügt. Bitte lasst es abreden mit dieser Diener-Gedanke. Ihr merkt, das war wieder ein Stadion-V-Lock. Das war ein Spiel. Meine Mitreisenden, Markus und Johannes, die haben vor Spielbeginn gesagt, vielleicht ist das so ein Spiel, über das wird man in ein paar Jahren noch reden. Vielleicht ist es auch ein Spiel, das würden wir morgen lieber schon vergessen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Der FCS weiß um die Ergebnisse vom Wochenende, weiß, dass er den Druck hat, dass er selbst für die Ergebnisse sorgen muss. Jetzt kann man sich viel ärgern über den MSV Duisburg. Fairerweise finde ich, muss man sagen, der MSV Duisburg, der hat nicht gespielt wie eine Mannschaft, für die es um gar nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil. Der hat sich echt reingehauen. Einen Tick weit zu viel. Das war vielleicht ein Tick weit dann zu emotional. Aber was für ein Spiel haben wir gesehen? Spiel. Ich fand, der FCS war drückend überlegen. Viel investiert nach vorne. Hat viel versucht, vor allem über die Seite von Gauss, über Kasim Rabihic. Hat aber nicht so recht das Mittel gefunden, um da vorne wirklich zu Torgelegenheiten zu kommen. Und wie es dann in solchen Spielen ist, das Tor macht dann erstmal die andere Mannschaft. Auf eine relativ einfache Art und Weise fand ich, wo auch zu wenig Druck gegen den Mann ist. Wo keiner so wirklich den Ball für einen Mittelfeldspieler attackiert. Und der kann einfach den Ball in Winkel schlenzen. Traumtor. 0 zu 1. In der Folge entwickelt sich dann ein sehr hitziges Spiel, wo es einfach innerhalb von zehn Minuten dann zwei gelbe Karten für einen denselben Abwehrspieler gibt. Bei zweiten gelben bin ich der Meinung. Vielleicht war das schon eine Notbremse. Aber man ist ja auch in der Hintertoransicht. Weiß man ja nicht. So wirklich ist er dann letzter Mann. Und in der Folge hat der FCS halt wieder Momentum und auch mehr Räume. Duisburg beginnt da schon ein bisschen den Bus zu parken. Aber wenn man eben den Ball nicht nach vorne durchbringt, dann macht man es mal aus der Distanz. Und Calogero Rizzuto schafft einfach mit einem wunderbaren Fernschuss dann den Ausgleichstreffer. Und in der Folge verliert man wieder so ein bisschen den Fokus. Hat den einen unnötigen Freistoß, den man dann nicht konsequent Beck verteidigt und dann passiert hat. Das Eigentor von Becker bzw. Tor von Girt, das war im Stadion nicht so ganz ersichtlich. Und man rennt wieder gegen den Rückstand. Man rennt gegen den Rückstand. Und der Druck wird von Minute zu Minute größer. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann auch wieder dann durch einen Schuss aus der zweiten Reihe mal Glück. Denn Duisburg wirft sich mit Mann und Maus in jeden Schuss hinein. Blockt alles ab. Und trotzdem ist ja die Frustration da, weil der FCS versucht sich mal durchzukombinieren. Es steht noch ein Bein im Weg. Mal ist er dann sich auch selber im Weg, weil dann einfach der eine Haken zu viel gemacht wird. Der eine passt zu viel, wo man vielleicht hätte abschließen können müssen. Was weiß ich. Immerhin Rabic noch den Ausgleichstreffer gemacht. Und kurz danach denkt man, das ist die Riesenchance, dass es nämlich noch eine völlig berechtigte rote Karte für den MSV gibt. Ich glaube, auf Duisburger Seite wird man mit dem Schiedsrichter hadern. Bisschen zu Unrecht. Was ich sagen kann, in der ersten Halbzeit gibt es eine Situation, da könnte ein Handspiel vorgelegen haben von Ritschi Neudecker. Der war eh so ein bisschen sich selber im Weg. Aber der ist ja auch ausgewechselt worden. Das war glaube ich zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Da hat man ihn auch ein bisschen vor sich selber geschützt. Aber insgesamt war auch gegen Ende dann die rote Karte für Manu Zeitz vollkommen berechtigt. Er ist letzter Mann. Der Duisburger wäre durch. Und das ist dann eben rot. Können wir nichts machen. Jetzt können wir noch über diese hitzige Schlussphase reden. Irgendwann werden die Mittel limitiert, wenn eine Mannschaft hinten drin steht. Alles verteidigt. Man sieht eigentlich zehn Variationen von zwei, drei Spielzügen, die wir alle kennen. Irgendwie versucht man sich an der Grundlinie frei zu spielen. Dann den Ball meist hoch, manchmal flach reinzubringen. Es gab noch gute Chancen. Kopfball von Manu, von Luca Kerber. Dann diese Riesenchance von Julian Günther Schmidt und auch der Pfosten Schuss. Das ist dann halt bitter. Das ist ärgerlich. Vielleicht sollten wir so ein Spiel wie heute in Duisburg als so eine Art Metapher für die Saison oder für den FCS in der dritten Liga sehen. Dass es oft ein sehr hohes Niveau ist, aber dass am Ende so entscheidende Prozente halt fehlen. So in einer Situation, wo du einfach es wollen musst. Wo du den Hunger haben musst. Das heißt nicht, dass die Spieler den Hunger nicht hatten. Das heißt, dass vielleicht irgendwo auch mal ein Limit erreicht ist. Das ist schade. Das ist traurig. Das lässt uns frustriert nach Hause fahren im wahrsten Sinne des Wortes. Das sollte uns aber nicht entmutigen, weil wir auch echt viel Gutes in der Saison gesehen haben. Echt viel Entwicklung bei Spielern wie Raubic, Wiegnase, Gauss, Manu Zeitz, auch wenn er heute so die tragische Figur am Ende war. Sollte uns echt nicht entmutigen. Die Frage ist, was wir jetzt draus machen. Wie wir da lehrend rausziehen als Verein. Wieder angreifen. Ich meine, Relegation ist theoretisch noch drin. Man hat schon vieles gesehen im Fußball. Man hat schon sehr, sehr vieles gesehen. Es kann immer noch was passieren. Deswegen machen wir vielleicht das ganz, ganz große Fazit erst mal nach dem letzten Spiel. Vielleicht sonst noch zu Duisburg. Bisschen hitzige Leute da auf der Tribüne. Muss man sich selber fragen, ob das so sinnvoll ist, da rüber zu laufen, wo auch Familien sitzen. Eigentlich war der Slogan von den Duisburgern da irgendwie. Was war das? Eskalieren, gepflegt eskalieren. Gepflegt eskalieren ist was anderes, als wenn man da 90 Minuten den Bolli macht und immer so macht, als wollte man rüber in den Familienblock oder zu den Sitzblöcken gehen. In dem Sinne, jetzt fährt der Zug ein, dann hört er mich gleich nicht mehr. Bis zum nächsten Video.